Hey Freunde und willkommen zu einer neuen Real Life Story hier auf meinem Kanal. Heute wird es mal ein bisschen familiärer, es geht um einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben, nämlich um meine Mutter. Eins vorweg, nichts gegen meine Mutter, ich liebe meine Mutter, wie wahrscheinlich jeder, aber bei meiner Mutter muss irgendwann mal was ganz schief gelaufen sein, sie ist sehr speziell, um es mal so auszudrücken. Und die Geschichte kam eben an unser beider Geburtstag zustande, beziehungsweise als wir unsere Geburtstage zusammen gefeiert haben, wenn man das so nennen kann. Wir haben mit sechs Tagen Abstand zueinander Geburtstag und machen das in der Regel jedes Jahr so, dass wir dann einen Tag nach ihrem Geburtstag nehmen, also sie hat nach mir, sechs Tage nach mir und dann gehen wir schick essen. In der Regel dann zu dritt mit ihrem Lebensgefährten gehen wir dann in unser Stammrestaurant und genießen da einfachen, gemütlichen Abend mit einem leckeren Essen. So haben wir natürlich auch, ich glaube vor zwei oder drei Jahren muss das gewesen sein, haben wir das natürlich auch wieder gemacht. Und an dem Abend war dem Restaurant relativ viel los. Also waren eigentlich alle Tische besetzt, wir hatten vorbestellt, ist also daher nicht das Problem gewesen. Und wir saßen an unserem Tisch, hatten schon unser Trinken, das Essen war bestellt und da war so zwei Tische weiter, war so eine Familie, auch mit kleinem Kind. So ein kleiner Junge, lasst ihn vielleicht drei oder vier Jahre gewesen sein. Und wie kleine Kinder mal so sind, die können nicht lange still sitzen. Der rannte da also so ein bisschen durchs Restaurant und ging mal so bei jedem an den Tisch und grinste so die Leute an und alle immer so total lieb und nett. Und auch ist der Kleine nicht knuffig und guck mal, ist der nicht süß und so. Und dann kam er zu uns. Nochmal eins vorweg, meine Mutter ist natürlich auch kinderlieb. Immerhin hat sie eins beziehungsweise zwei, wenn man ihren Lebensgefährten mitzählt. Aber ist egal. Jedenfalls stand der Lütte dann so neben meiner Mutter. Sie saß mir gegenüber, ihr Lebensgefährte saß rechts neben mir. Und der Kleine starrte sie so an und grinste dabei immer so verspielt. Und meine Mutter kriegt das so die ersten paar Sekunden gar nicht mit und kiegt dann irgendwann so zu ihm rüber. Und glotzt die ihn dann auch so ein paar Sekunden so an. Und dann so völlig aus dem Nichts, so auch furztrocken, aber todernst, kickt sie mich an und sagt so, warum glotzt der Kleine Bastard mich so an? Da wusste ich im ersten Moment gar nicht, scheiße, hat sie jetzt gerade echt Bastard gesagt? Ihren Lebensgefährten wäre bald das Glas aus dem Gesicht gefallen. Der war nämlich gerade dabei, einen Schluck zu trinken. Und hatte zu tun, das nicht quer über den Tisch zu spucken. Und ich habe mir dann nur so gedacht, weil die am Nachbartisch, also am Nebentisch, die haben das mitgekriegt. Und die guckten auch gleich total erschrocken, so nach dem Motto, hat die jetzt nicht wirklich gesagt. Naja, jedenfalls dachte ich mir nur so, oh scheiße. Ich glaube, du brauchst ein neues Stammrestaurant. Hier kannst du nie wieder hergehen. Jedenfalls nicht mit der Frau. Und solche Aktionen kommen immer mal wieder zustande. Da piept auch mal, wie wild die Alarmanlage im Klamottenladen, wenn sie reingeht. Nicht, wenn sie rausgeht. Wenn sie reingeht. Und da denkst du dir dann auch bloß, oh, natürlich die komplette Aufmerksamkeit des Ladens auf dich gerichtet. Aber so eine Aktion wie im Restaurant, da hat sie echt einen Vogel mit abgeschossen. Nochmal, ich liebe meine Mutter, ist die tollste Frau der Welt. Aber manchmal denke ich mir, mit der Frau kannst du nur zweimal irgendwo hingehen. Einmal zum Blamieren, einmal zum Entschuldigen. Und dann nie wieder. Das war es jetzt erstmal mit dieser Real-Life-Story. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen lachen können. Erzählt mir nochmal eure Real-Life-Stories. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr so in eurem bewegten Leben durchmacht. Ich sage danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich. Ich habe es jetzt hier.